Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Ich bin Ark997 mit... Kartoffelchips of Doom. WeHawkLP ist auch wieder dabei. Und er freut sich, dass er heute wieder mit dabei sein darf. Es macht sehr viel Spaß, wie er das Kommentator von ihm. Und ich hab mir gedacht, ich sammle mehr als einfach mal. Ich nehme mir einfach noch ein paar Kartoffelchips zur Hand. Und ja. Ja, wir haben gerade ein Brennbüschel aufgehoben, das uns selbst angezündet hat, als wir es aufheben wollten. Was, so Henker. Wir müssen es ja erst schlagen. Und beim Schlagen brennen wir meistens dann. Das ist sehr seltsam gemacht. Ja. Tricky wollte ich jetzt nicht unbedingt schlagen. Also meistens möchte ich ihn schlagen, aber jetzt gerade halt nicht. Oh, wow. Ah, ich muss doch schlagen. Uh, ich sehe da gerade was. Das ist voll mein Auge entgangenbar. Oh mein Gott, das kann das nur sein, was du willst hast. Das waren Kartoffelchips. Oh, wow, das kann man nicht sein. Ja. Was ich gesehen habe, da überlege ich ja, ob ich da rankomme, war das Ziel. Oh Gott, Energiezellen. Für den... Oh Gott, ich habe gerade gespuckt. MMM! MMMM! Spucken! Ist klasse Kartoffelchips, Reste aus meiner Maus. Was? Ihhh! Ihhh ist das lecker, Grinsen und Herz hier, ne? Ist klar. Ja. Und so. Komm, Tricky. Wir wollen's ganz heiß. Yeah. Guck mal, Tricky mag uns nicht. Warum so hängt er verbrennt er fast? Ne, ich weiß es nicht. Er mag uns nicht. ich muss gerade überlegen wo die anderen Schönen Künfte Dinger sind weil ich weiß nicht noch aber ich weiß nicht ob drei genügend waren der größten Schabkläuer das Feuer ausgemacht haben und die Torntails Angst im Dunkeln haben weil ich auch zu durchschauen was auch Angst im Dunkeln ja beziehungsweise bei mir ist es so ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit die Dunkelheit hilft sich von dir du bist Shark Norris wir wissen es ist gut tschüss tschüss so kann ich dich nicht brauchen ich bin Shark Norris so das Let's Play ist beendet mach doch ganz einfach du gibst General Skates in Roundhouse Kick und wir haben das Spiel beendet ja genau das wäre das Einfachste es war doch eine schöne Idee also wir sind sie Entschuldigung der Mahlzeit die Torntails haben Angst im Dunkeln und wir sollen das Licht wieder machen als diese Fackel genügt denen natürlich nicht sie ist ja so wenig für nur 0,3 Prozent liegt aber wer aber ich weiß gerade doch nicht mehr wo die dritte ist eine da Oben hier hier bei dem hässlichen Stein vorziehen eines hier aber wo war die dritte wir sind teile mit dir deine Weisheit und sage es ihnen ja die letzte befindet sich dort wo du dich nicht befindest wieso möchte ich nicht weiter auf dieses Spruch eingehen das ist besser so wahrscheinlich wo bin ich denn jetzt gelangt Bombensprobe haben wir welche ja natürlich wir sind frühzeit folgt wir machen das einfach so Juhu Oh Gott aber ich bin mir sicher ich laufe gerade falsch da bin ich mir auch sicher ah ok 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 äh ähm ja du bist definitiv oh Gott ja du bist nicht definitiv oh Gott aber du bist ich bin definitiv falsch aber ich gehe es dahin wo ich danach hin hätte hin müssen ja warum warum tust du das damit ich hier gleich sterbe verstehe ah nee doch nicht weil hier unten ist so gut die Luft ist so grün schöne grüne Luft könnte Craigie was damit zu tun haben Craigie Juhu wir können fliegen Oh da war eine Gietzelle versteckt ich gehe noch mal außen rum weil es da noch eine warum ist da keine mehr warum ist da keine Gietzelle was war das NOOOOOO wir sind ja völlig krank hier Guck maa ist in drüben Na drüben wir sind nach drüben gekommen na das ist ja auch super ähm ja ähm Ne ist ja noch mit dir bei Tudor gekommen hihihihihihihihihihihihihihihihi in der anderen Seite sind wir darüber müssen so wir müssen erst die andere Seite rüber damit wir ich verstehe langsam was hier los ist haha so ich hoffe dass ich diesmal richtig rumgehe aber scheiß es wieder verkehrt rum weil ich mich ja kenne das ist gerne mache er fliegt hoch er fällt hoch sozusagen lass mich raten es ist wieder falsch lass mich raten es war wieder falsch dann gehen wir ab mal da rum bumms da drauf Juhu 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 Flügel jetzt sind wir richtig und da war auch ein Energiezettel ist das warum ist Ricky schneller drüben als wir das ist fraglich ich schlag ihm auf oh hat er ein Glück da waren wir Zaun im Weg würde ich jetzt jedenfalls mal meinen ja durchaus gesehen durchaus warum nicht durchaus durchaus guck mal die kotzen grün waaaaaah möchtest du noch die Chips weiter essen? natürlich sehr gerne ich esse gerne während andere Leute kotzen meine Chips dann besonders gerne ja die schmecken besonders gut dann also die schmecken einfach super möchtest du Schleichwerbung für die Chips machen? hm 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 Moment du musst schnarchen ich will grad nicht ich falle schnarchen weil Worm wach auf doch kommt ja ja du musst die dinos echt so synchronisieren das passt zu den Sharpclaw passt das die sprechen halt gegrund hm 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 das war jetzt eher leide so ähm ja Schleichwerbung für die Chips Giochips Paprika sehr lecker so okay wow 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 god wow 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 fertig Fertig Nur haben wir keinen Schlüssel Und warum nicht? Warum haben wir keinen Schlüssel? Weil wir den Turntail nicht geholfen haben! Ich wusste da war doch was! Ja! Wozu auch helfen? Wozu auch helfen wenn man einfach wegrennen kann! Richtig! Ja Ich hoffe nicht Zivilcourage Für Fox ist das ein Fremdwort Nicht nur für Fox Ja Jaja Also ich glaube wenn einer meiner Abonnenten oder Zuschauer so verrückt wäre Zu zählen wie oft ich im gesamten LP gerollt habe ROLLING! NEIN! Oh Gott! You failed! Das war Suizid! Na toll! Darf ich da noch mal zu rennen oder was? Doch! Super! Also wenn einer meiner Zuschauer so verrückt würde Wirklich jede einzelne Rolle zu zählen Und mir am Ende die Gesamtzahl zu sagen Das wäre Crank Damit fange ich ab sofort an! Haha Nein besser nicht! Das war das! Ich lande drauf und Fox denkt sich Ich spring halt mal in den Tod Warum nicht? Fox Oh mein Gott wir schaffen es Ja mein Gott! Wir haben es geschafft! Wir sind sogar wichtig Sehr gut! Willkommen! Ja das ist absolut genial! Du machst das einfach! Du bist einfach hier der Beste! Ich wusste es schon immer! Ähm Jetzt musst du nur noch daran denken dass die Aufnahme bald vorbei ist! Das weiß ich aber wir haben noch ein paar Sekunden! Ein paar Sekunden! Ein paar Sekunden mit den Sekunden am besten! Wir rülpsen laut uns Mikro! Besser nicht! Möchtest du zuerst rülpsen? Na gut! Meinetwegen! Wer kann man dazu nicht sagen? Mehr nicht! Sichtig! Ich glaube das gibt noch ein paar D-Abonnenten! Juhu! 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 Und noch eine Tresowel! Hast du einen Brennbüschelbaum gesehen? Hast du den gesehen oder hast du nicht gesehen? Oder hast du Scheiessen im Kopf? Ha! Was?! Aufs…. Ich würde sagen wir beenden Part so! Also ich bin der konkret krasse Horknei und du bist? Ja und ich bin wie Hogy nóc4 Alter. Ja dann sag ich bis in nächstes Part Alter, Servus! Se vous salteur.